Hey, hallo! In diesem Video erkläre ich dir einfach und verständlich, was die Zeitform Präsenz ist, wie du sie bildest und wann du sie in einem Satz benutzen musst. Bleib dran, jetzt geht's los! Es gibt in der deutschen Grammatik genau sechs Zeiten, drei für die Vergangenheit, eine für die Gegenwart und zwei für die Zukunft. Wenn man etwas ausdrücken möchte, was gerade jetzt passiert, also in der Gegenwart abläuft, benutzt man das sogenannte Präsenz. Zum Beispiel, die Möwen fliegen durch die Luft. Das Verb des Satzes ist fliegen. Und mit fliegen drücken wir aus, dass etwas gerade jetzt passiert. Gerade jetzt fliegen die Möwen durch die Luft. Fliegen steht im Präsenz. Schokolade ist sie heute. Auch hier geht es darum, dass etwas jetzt oder zumindest heute, also in der Gegenwart, passiert. Ist, als die gebeugte Form des Verbs essen, steht hier auch im Präsenz. Schauen wir uns an, wie man das Präsenz bildet. Betrachten wir zum Beispiel die zwei Verben Leben und Sprechen. Wie bei fast allen Verben bestehen diese aus einem sogenannten Verbstamm, hier leb und sprech, und aus einer entsprechenden Personalendung, welche in der Grundform bei den meisten deutschsprachigen Verben en ist. Diese Personalendung verändert sich nun, je nachdem, um welche entsprechende Personalform es sich im Satz handelt. In den allermeisten Fällen ergeben sich im Präsenz die Personalendungen e, st, t, en, t und en. Der Verbstamm bleibt bei regelmäßigen oder auch schwachen Verben genannt immer gleich. Das Verb leben ist nun solch ein schwaches bzw. regelmäßiges Verb. Und deshalb heißt es im Präsenz ich lebe, du lebst, er lebt und so weiter. Unregelmäßige bzw. starke Verben sind in der Lage, ihren Verbstamm zu verändern. Deshalb diese kuriose Bezeichnung starke Verben. Unser Verb sprechen ist nun solch ein starkes bzw. unregelmäßiges Verb und verändert demzufolge seinen Verbstamm. Jetzt gibt es aber natürlich auch noch Verben, die vollkommen unregelmäßig gebeugt werden und die man, wenn man nicht das Deutsche als Muttersprache hat, leider auswendig lernen muss. Das wichtigste Verb in diesem Zusammenhang ist sicherlich das Verb SEIN. Im Präsenz ergibt sich dann ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid und sie sind. Wann benutzt man jetzt genau das Präsenz? Zunächst, wenn man ausdrücken möchte, dass etwas gerade jetzt passiert oder eben einfach eine Tatsache ist. Zum Beispiel, sie liest ein Buch oder das ist ein Buch. Man benutzt das Präsenz auch, wenn man ausdrücken möchte, dass eine Handlung in der Gegenwart mehrfach oder nie stattfindet. Zum Beispiel, sie gehen immer mittwochs einkaufen. Auch ein zukünftiges Ereignis kann ich mit dem Präsenz ausdrücken. Wobei dies nur funktioniert, wenn man eine Zeitangabe in den Satz einbaut. Zum Beispiel, Morgen koche ich das Mittagessen. Schließlich kann ich mit dem Präsenz auch ein vergangenes Geschehen zum Ausdruck bringen. Das nennt sich dann historisches Präsenz. Zum Beispiel, Im Jahre 1492 entdeckt er Amerika. Das war's. Jetzt weißt du alles über die Zeitform Präsenz. Weitere Videos zur deutschen Grammatik findest du auf meinem Kanal. Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere doch bitte meinen Kanal und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren.